. Los geht's und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Die Bundesregierung hat bei Leverkusen den Anspruch auf Hartz IV bewilligt. Grund sind die Zuwanderer aus Portugal. Punkt. Nachdem sich ein seltsames Verbrechen in den USA nördlich von Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania ergab. Was genau geschah, kann man zum derzeitigen Zeitpunkt zurzeit noch nicht sagen, aber so viel ist sicher. Ohne zu atmen stirbt der Mensch und der mutmaßliche Täter hat heute Geburtstag. Wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich. Anlass ist der Weltfrauentag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, mutmaßlicher Täter. Happy Birthday to you. Uns erreichte soeben folgende Eilmeldung. Die N24-Redaktion berät zur Stunde darüber, wie meine Haare noch mehr Volumen bekommen können. Keine Resonanz erhofft man sich allerdings durch eine Straßenblockade mit SPD-Fraktionsvorsitzenden Sigmar Gabriel. Aber wer mitmachen will, kann das bis zum Ende der Legislaturperiode tun. Notwendig dafür ist allerdings eine Befreiung vom Sportunterricht. Unterwäsche ist aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen. Klammer auf, Tatjana, für uns bist du die einzig. Wahre Miss Piggy, Klammer zu. Das war es bis zum Ersten von mir. Mehr zum Thema Riesenvorbau heute Abend in der N24-Dokumentation. Größenwahn und Gigantismus. Balkon und Vorgärten im Dritten Reich. Und keine Sorge, falls Sie was mitbekommen haben. Ich sage das Ganze ja heute noch 23 Mal. Ich sage das Ganze ja heute Abend in der N24-Dokumentation.